Miau 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 Wir spielen heute Stray Ja, was soll ich sagen, neuer Tiefpunkt in meinem Leben ist erreicht Ich... Ich starte jetzt einfach Ja, Stray ist ein Spiel, in dem man eine Katze spielt Das war's Es ist, glaube ich, kein geiles Game Es wird jetzt ziemlich langweilig Und ich werde hierzu nicht gezwungen Pass auf Leute, bevor wir anfangen Ich hatte viereinhalb Wochen Corona Einmal war ich zwischenzeitlich hier, ihr habt es mitbekommen auf dem Zweitkanal Ein Polizeidings-Auto habe ich mir aufgenommen Dann war ich wieder voll im Arsch Dann hatte ich jetzt eine Woche Urlaub, um mich komplett zu regenerieren Bin richtig topfit, hab richtig Bock, hab heute Geburtstag Geh ins Studio Und die Redaktion sagt, jo Max, du nimmst heute für den Hauptkanal auf Stray Und ich so Übers Kack-Game Ja, du bist ne Katze Ungelogen, das ist mein Tag bisher Ich wollte grad Anderthalb Stunden geschminkt Und, äh, ja Jetzt spielen wir Stray Miau Jetzt soll ich mich hier hinlegen, ja, auf die Dachpappe hier Oh Gott Und geht's weiter, achso Ach du Scheiße Die Rollen das her So, ja ist ja geil, dass man miauen kann Scheiß Drecks-Game So Äh, hier Kratzbaum Hä? Achso Was soll die Scheiße? Lass den Baum in Ruhe Ich hasse auch Katzen Wisst ihr das eigentlich? Also bisher Äh, nur mal ganz kurz Bisher ist nichts passiert Ich geh nur durch die Pampa Ich sag Miau Ich reib mich an anderen Katzen Ich trink aus ner Pfütze Das ist das Gameplay Wie willst du mir gesagt haben? Ja, wir haben noch was vergessen Miau So, jetzt sind die... Ah, die haben auf mich gewartet Ist ja nett Drecksriecher, ne? Was ich mich natürlich frage Wo ist unsere Mami? Oder unser Daddy? Oder was ist der Scheiß Sinn des Spiels? Oh, jetzt passiert ein Unglück Bei mir bricht es Schuss Wuhu Wuhuuu Wuhu 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 Oh, es ist traurig Oh, oh nein Die Arme Kleine Katze Wuhu 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 Ja, wieder topfit Einfach nur in der Nacht drüber Einfach Manchmal muss man es einfach wieder gesund legen Ah, das ist so Science-Fiction, ne? Lecker, ne? Ach, Katzimilian. Vielleicht bei mir hier? Möchtest du? Das? Ist das besser? Dinde e o le Joumen. Frikassee mit Rutan und Gemüse. Für die Kunst. Wo waren wir? Boah, das ist echt was. Da habe ich morgen noch was vor. Ja, Mensch. Oh, was ist das? Ah, das Trockenfutter. Ja, also bisher, äh... Ja, klettert man, ne? Ab und zu. Miau. Wie komme ich da durch? Ja, erst Rätsel. Ist doch toll. Wir haben Rätsel. Ja, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Y? Rätselon. Ah, so. Fallen lassen. Ja, Treffer. Bin sofort wieder da. Ist er, ist er noch live? Miau. Boah, wo sind jetzt überall Katzenhaare? Oh, was steht da? Vier. Äh. Boah, das war halt drunter. Was hättest du? Oh, ich habe sie verpasst, Mensch. Oh, aber hier ist ja ne... Oh, mein... Immer wenn die, also immer wenn die, äh, da lang trappeln, kann ich nicht sprinten. Oh, Katzenhaare. Äh, Katzenhaare, weißt du? Katzenhaare. Achso, scheiße. Oh Gott. What the f... Jetzt aber los. Ah! Oh mein goodness. Okay, aber endlich mal, äh, Action. Was sind das? Ehh, Alter. Sind das riesen Zecken? Ich brauche ne Zeckenimpfung. Ah, da komme ich aber mal aus. Atem. Oh. Hohoho. Ah. Miau. 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 Die können ja so schnell. So, wo waren wir? Hier und da und... Miau. Miau. Das Tropfen, nimm es doch weg. Hacker Bucke ausgestellt. Mach es auch. Ja, das hole ich runter die Scheiße. Na klar. So machen Katzen das. Gut. Ähm. Hm. Hm. Oh. Also das würde ich mir auch... Naja. Also vielleicht wäre ich da nicht in dieser Lage. Ach komm. Okay. Das war ich. Äh. Ja. Krass. Die Technik. Ohne Roboter. Das ist der Hammer. Oh. Was ist das? Das ist so... Es sieht aus wie so ein kleiner Kopf mit zwei Augen. Okay. Ansonsten könnte ich jetzt hier mit dem Ding nochmal rein. Also das muss ja für irgendwas sein. Oh. Guck mal. Hier sind Pfeile. Hier drauf. Äh. Hä. Wie krass gut ich vorankomme mit den ganzen Rätseln. Ich brauche jetzt für keins sehr lange. Ich bin ja so eine krasse Katze. Und tot. Toll! Ist mega toll! Aber das Level-Design ist so schön! So ein schönes Spiel! Toll! Da fiegt einer! Guck mal her! Der schlägt erstmal Alarm! Ja, ne Katze, alter. Erstmal Sirene. Ja, alle riechen Angst vor mir, Digga. Warum? Den fight ich jetzt, oder? Äh, je ne sais pas. Ach, was? Ah, die checken nicht, was man isst. Okay, krass. Ne, euch will ich nicht fressen, Digga. Ich will nur ein bisschen Truthahn-Frikassee. Will ich nicht. Alter, sag deinem Cousin Bescheid, ist alles Gutes. Mensch, jetzt wird das Spiel richtig cool, glaube ich. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ah! 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 Eee! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020